servus leute und herzlich willkommen zum neuen video auf meinem kanal ja heute zu tag 4 von unserem trip und wir sind gleich oben im lift deshalb geht es jetzt schnell auf den trail wir sind immer noch beim drei länder enduro in naudas und heute geht es denke ich mal auf den bunker trail und auf die ganzen anderen wir sitzen im lift der halbe tag ist schon rum aber für euch geht es von vorne los viel spaß let's go also in der so neuer trail für uns jetzt heute hier waren wir gestern noch nicht chill mal krehe es ist der zubringer zum bunker trail alter wie viel holz das ist immer nice hier so bunker trail oh ja der ist echt geil ja 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 mit es ja ja So, weiter geht's Hier mal eine Line suchen Durch den Schatten sieht man fast nichts Ich habe einen Unterballen Heelgeber Oh, scary! Oh, scary! Achtung! Cheeto! Oh! 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 Okay. Woh, 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 woh. Woh, woh. Woh, woh. 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 Ich bin gleich im Almo. So, weiter geht's auf dem Trilander Trail. Mir gefällt es ja mega hier. Das Terrain. Mit den ganzen Wurzeln und Steinen und immer zwischendrin. Das North Shore, mega elastisch. Alter. So. Woohoo. Woohoo. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020